Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Zenith. Wir haben dabei den Auri und den Desky. Was geht? Yay, wieder das Dreier-Trio, was am meisten hier heute zusammen aufgenommen hat. Das Dreier-Trio. Das ist wie nach Hause kommen, wa? Jungs. Ja klar. Fühlt man sich gleich wie zu Hause. Fängt gleich an zu schneien hier oben. Ja, weil deine Spiele schmelzen, weil du wieder so glücklich bist mit uns aufnehmen zu dürfen. Weil ich so glücklich bin, einen Zaun weiterzubauen. Ja, weil deine Eltern endlich uns wieder bezahlt haben. Echt? Ja, hä, dass wir machen das freiwillig mit dir? Ja, ich dachte schon. Du bist witzig, Saikon. Ach, Mann. Das ist ja süß. Nein, du hast jetzt zwei Trader. Was? Du hast zwei Trader? Nein, zwei Trader im Neta. Und so. Ist das jetzt wirklich zwei oder ist das einer so ein Kali-Ding? Ja, ja. Nein, nein, nein. Ich hab da noch einen zweiten reingeballert. In das selbe Boot? Ja, ja. Zum schneller fahren. Ja, für schnellere Traden. Hm. Oder damit man beide gleichzeitig nicht luftigen kann. Genau. Gut. Äh, Desky, ich gebe dir auch einen Tipp. Nehme am besten Bogen mit Fallen mit in den Neta. Ja. Na, hab ich. Falls ein Gas kommt. Da ist ein Enderman auf meiner Treppe. Da ist ein Enderman auf meiner Treppe und der hat einen Kaktus geklaut. In der letzten Aufnahme von mir, da wollte mich ein Enderman töten, weil der, ich hab so bei der Baum, also bei den Bäumen abgebaut und auf einmal hat der einfach ein, äh, ein Erdstück mitgenommen. Ich bin da fast runtergefallen. Wer, wer, wer hat nämlich vor zu trollen eigentlich hier bei der Treppe? Da ist ein bisschen Holz über meinem Wasser. War es einer von euch? Hä? Ein bisschen Holz über dein was für ein Ding? Beim Wasser. Beim Runterspringen. Ne, das soll ich nicht. Ne. Mangrovenplanken. Hm. Jetzt sind wir Mangroven? Ja, ihr nicht. Also wir auch nicht. Ne, wir bauen mit Schwarz. Na eben. Hm, 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 hm. So. Warum ist hier eine Erde platziert? Oder ist das? Ne. Oh, wer will hier noch traden? Achso, ja, wir kümmern uns heute ums traden. Juhu. Wie hättest du gedacht? Hey, ich sehe den Sand bekommen. Hier, noch mehr Obsidian bekommen. Oh, Toolsmith. Ne, du bist der falsche Toolsmith. Du bist der richtige Toolsmith. Ja, wollo. Was habt ihr eigentlich mit den ganzen Obsidianen vor? Ähm, das ist das Geheimnis der Mafia, ja. Steck nicht deine Nase zu tief rein, sonst wirst du es bereuen, ja. Ich dachte, ihr seid nicht die Mafia? Sind wir ja auch nicht. Ne, wir sind die Booten. Wir sagen das nur für einen Freund. Ja, wir sind nur die Booten. Die kontaktieren uns manchmal. Um auch wieder nach sowas zu verlangen. Und dann wollten wir auch uns weiter einmischen. Und das haben wir bereut. Deswegen, wir wollen nicht nur warnen. Weil wir Freunde sind. Freunde sind Freunde auf die Wegezahlen. Als ich oben war auf meiner Insel, hieß es noch nicht, dass wir Freunde sind. Naja. Hat sich schon schnell geändert. Ja, deine Eltern haben gut bezahlt. Was soll ich mir sagen? In Voraus. Ja. Das hat geschmeckt, kann ich dir sagen, du. Hönen Voraus, Alter. Wie schnell geht es eigentlich voran mit dem Traden? Langsam. Also gibt es fast gar keinen Progress? Also als, äh, für die... Sehr, sehr wenig. Äh, weil bei dem Tootsmith, der verlangt halt gerade ein... Äh, ne? Genau, ein Smaragd für... Also ein Emerald. Ein Smaragd, Alter, what the fuck! Äh, für einen Tool. Und es gibt halt nur so einen ganz kleinen Minibalken. Also das ist echt wenig. Aber der andere Trade wäre halt, äh... Ein bisschen teurer. Und das können wir uns nicht leisten, weil wir sind arm. Also das ist mit dem Eisen, oder? Ja. Ach man. Oder halt diese Glocke da. Warum können wir uns die Glocke nicht leisten? Oder hast du überhaupt einen Mehrwert? Weil die teuer ist. Bringt es mehr als einzeln zu... Hier die Sticks oder... Die... Die Extents machen? Oder... Ja, na klar. Sicher? Bringt es mehr als 37 Extents? Weil... Weil... Weil das ein... Weil das ein späterer Trade ist. Äh, bringt der mehr XP. Aber der kostet ja auch mehr. Ja. Aber der bringt noch mehr XP. Aber ja, an sich würde sich das schon lohnen. Auf jeden Fall. Dann können wir ja die Amelts ja sparen. Für den Trade. Ach nee, jetzt ist es schon zu spät. Okay, perfekt. Jetzt ist es schon zu spät. Russell braucht Neter-Zegel. Ich hab... 26, schenk dir welches. Alle sind von mir verwöhnt, ey. Ohne Witz. Ja. Hat das auf, äh... Du butterst den irgendwie. Hat das auf den Schild geschrieben? Ja, der hat einfach... Nee, auf seine Haut. Der hat sich tatumieren lassen. Hö-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h. Ach, du stürmst. Wie geht es euch denn an einen wunderschönen Dienstag? Könnt besser gehen, könnt aber auch schlechter gehen Ja Also beschissen Ja, aber das sind diese kleinen D-D-Prikinder halt, ne? Ja Ohne Perspektive Ja Aber Deski kann Aber Deski, kannst du mir einen Gefallen tun? Denkst du bitte bei meiner nächsten Bestellung dran, den Käse wegzumachen vom Burger? Danke Oh, ich Danke Ich wusste, du bist ein guter Burger-Brater Ich bin halt ne gute Nudel Ja, Mann Die allerbeste Nudel Du willst meine Nudel Das war so klar, dass das kommt Das war wirklich Es ist so voraus Also, das war ja gerade Also, ne? Ja Ne? Ne Genau Oh, ja Also, der unterste Trait bringt immer am meisten Muss ja, meistens ja Na doch, ja Ja Dann brauch ich Melonen-Samen Was? Warum Melonen-Samen? Ich glaube, er würde mit den falschen Leuten traden Ich glaube, er tradet auch mit den falschen Ja, ich hole nur Samaragde von denen Aber dann sammel doch auch Holz Wie jeder normale Mensch auch Ja, dann mach mal Junge Seh ich aus wie den Äh, Haut Äh, so Genau Ja, ne? Ist schon spät Seh ich auch Alter, wir haben zwei Redstone-Staub, Alter Wir haben mehr als zwei Ja, das ist von Ähm, von der Ridge Bitch Ähm, ja Die läuft schon Oh, okay Mhm Puder mir die Nase Und dann popp ich seine Zenny Muss ich die Anspieler kapieren? Das, das ist, ähm Ne, ich gehe im Endeffekt auf Klo Richtig halt ihn abratzen Und dann popp ich meine Zenny Dann wünsch ich dir viel Spaß Na, danke Und dann ab Puderstein in die Nase Zuerst ist mir auch recht Ja, das war mir klar Wo ist denn der Gunsmith-Typ? Eingeknastet Gunsmith, Alter Einmal der Gunsmith-Jugge Heftig Wüsste nicht, dass wir den hier schon haben? Alter, der Gunsmith, Alter Nee, das stimmt in einer anderen Welt Ja Spielen wir dasselbe Spiel, oder? Nee, ich glaube, er spielt Also ich spiel grad mein Little Pony und die so Ähm, Hello Kitty, um die große Inselpfad Boah Also ich spiel den Ketrus Dann logge ich wieder aus, erstelle einen neuen Charakter und logge dich wieder ein Wo ist denn der jetzt? Äh, such ihn doch Okay Es wird wärmer 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 Normal sind Kälter Wärmer Kälter Haben wir dich so, das zusammengebaut? Wärmer Ganz heiß Oh danke, du auch Wow Villager Tut mir leid, ich hab mich grad selber, während ich das ausgesprungen hab, für mich geschämt Sehr schön Nein, der ist ein Archer Ah, hier ist er Ich kann's gar nicht fassen, dass ich grad fertig werde mit meinem Zaun hier Alter, sehr heftig Und danach suchst du dir ein Leben? Nee Okay Jetzt kommt noch die zweite Schicht vom Zaun Außenrum Achso, ich soll mit den Ach ja, ja Alles gut Irgendwann wird der kleine Junge auch noch erwachsen Irgendwann Nimm einfach alles, was die haben Oh, jetzt hab ich ihn aussehen geschlagen Hey, der ging die Angebote runter Wo sind die Linderpreise? Ja, aber nur für ihn Echt? Ja, nur für Ja, nur für ihn Beruhigt er sich noch irgendwann wieder? Nee, ich denk nicht Ich bring ihn um, Alter Junge, du kannst es auch gut sein lassen Ah, hier Aber nur er will mir schlechte Traits verkaufen Ja, aber irgendwann reden die miteinander Spricht sich ganz schnell drauf Dann nicht nur er Ja Ach nee, jetzt will der auch wieder gute Traits geben Dann hat's ihm gefallen Nee, glaub ich auch Ey, du Wichser Härter Woher musst du, worauf ich stehe? Wow So hat mich noch keiner berührt Und jetzt fesselt mich Hey, ich hab aber schon 27 Marocke Jetzt ist er runtergegangen Und 32 auf 31 Hey, wir kommen in der Welt der Villager Ja Der hat richtig Bock auf mich Ich glaube, der will nicht küssen oder so Hat's wirklich gefallen Ja, so Daddy mach Härter Ja, glaub ich Ich glaube, das sagt er auch zu mir Der ist ganz schön, dass er lebt Ja, ich glaube ich auch, Alter Voll, ich finde das witzig Weil Zykon eigentlich gar nicht der Typ Bist du so welche Witze macht Und auf einmal ist er hier Und dann kommt sowas in Zeitaufnahmen Zykon wird Junge Auf einmal in einer ganz anderen Welt Wo bin ich Hilfe? Achso, eher Hilfe Ich bin dement Der hat seine Trades noch rumgeballert Der, der mich nicht mag Der mag dich bestimmt Wir brauchen mehr hier Ne, genau Genau Äh, Archer Wir brauchen mehr Archer Wir brauchen auch ganz viele Fäden Warum holen wir keine Fäden? Mal, wir brauchen mehr Archer Kann sich einer drum kümmern? Wie macht man die? Äh, du brauchst dafür eigentlich nur Graver Also hier, ne, äh Also mal zu Fletcher Feuerstein Feuerstein Ah, ciao Nein Heißt nicht Fletcher? Das sind Bogenschützen Du bist ein Bogenschütz Wie heißen die jetzt? Ah, der ist wirklich Fletcher, du Arschloch Ein Pfeilemacher Kann sich jemand drum kümmern? Äh Haben wir Gravel? Dafür, äh, Feuerstein Feuerstein Äh, kommt dann, äh In zwei Dingern ganz oben hin Ja, ja Nebeneinander und, und dann Äh, darunter Holz Habt ihr Gravel da? Äh, ich hab Gravel da Weiß ich nicht Ja, dann macht daraus mal bitte Feuerstein Warte, hier ist ja auch noch voll viel Gravel drin in der Kiste Digga, wenn du mir einmal so nachmachst, oder Dann knallt dir Ich hab nochmal einen Feuerstein Und wie viel brauch ich? Alle 19 Woviel hab ich? Wieso brauchen die eigentlich so viele Fletcher? Hallo? Hast du jetzt ernsthaft meinen... Meier Schein gekluckt? Ich glaube, Auri ist tot Ich glaube auch Redet nicht Wieviel Feuerstein hast du? Vielleicht steht er da Äh, fünf Okay, ich hab zwei Irgendeiner klaut mir von dem Villagern Äh, Feuerstein Ja, dann, dann geht er aus Ja, ist eine gute Idee Die klauen alles, was sie in die Finger kriegen Ja 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 Leute Hast du mal geguckt, wie die aussehen? Ja, die essen wie du Kriminell Ich hab gar kein Holz Braucht mir echt so viel? Ich hab keine Ahnung, ich glaub eigentlich nicht Er ist so der Villager-Liebhaber Ja gut, aber wir kriegen dann mehrere Fletcher hin Also von dem her, keine Ahnung Vielleicht lohnt sich das, vielleicht auch nicht Ich weiß nicht warum, aber... Oha, ich hab jetzt schon zwölf Du bist ein richtig fleißiges Bienchen Ja Ohja Ich bin das beste Bienchen, was du haben kannst Achso, was soll ich jetzt eigentlich mit 42 Emirates machen? Äh, gucken Was machen wen soll ich denn traden? Äh, die Toolsmiths Auf jeden Fall Aber ist scheißegal wen oder was? Ne, ich glaub nicht ganz so Es gibt nur einen halt, der viel Fortstatt hat und der andere hat gefühlt nix Und... Ich glaub der ist fast Level Up Hallo? Hallo? Ah jetzt... Oh mein Gott Der ist fast Level Up, der Toolsmith, der eine Mit der Glocke Warte, wo ist das? Der hier? Oh ja, warte Soll ich eine Glocke kaufen? Äh, warte, lohnt sich die Glocke? Also... Der ist auf jeden Fall 100% Level Up Aber ich glaub wir machen das lieber mit den Emirates zu Ende fertig Ja, machen wir auch damit fertig Weil das Level wird dann einfach nur fertig und dann musst du von Null beginnen Ich glaub das Überschüssige gibt's nicht Habt ihr jetzt noch mehr Fletcher gemacht? Ich hab noch zwei Tische Boah, geil Hattest du die platzieren? Ich kann auch erstmal Stein schaufeln kaufen von dem Hab ich Bis der Level Up ist Guckt, da ist ein neuer Fletcher, keine Ahnung wo der andere ist Oder? Ist doch ne gute Ey, kauft mal die Spitzhecken oder Schaufen, was auch immer Bis er halt Level Up ist Jo Ich brauch auch noch zwei Emuels Ja, Level Up besser Nice Was hat er jetzt im Angebot? Die Diamanteau Ach nein So Und jetzt, äh Flint Wird man noch machen Haha, jetzt hat er ne Diamanteau Ich hab 3 sogar Ja, ich hab Kann man die einschmelzen eigentlich? Nein, kann man auch Oh nein Wenn wir kurz warten, dann kann ich nochmal House kaufen Ja, ich muss auch auf die House warten Äh, aber ich muss auch warten, bis ich mal wieder ein bisschen Holz Äh, ein bisschen Sticks vertraden kann Ja Hast du das? Ich hab so ne größte So ne größte Bommausplantage wär glaub ich so ne Idee auch Ne Doch Nein, weil die doch alle hier schon, äh, gar nicht mehr traden Ja, wie meinst du, die haben noch genug Fletcher jetzt oder nicht? Nein Wie nein? Ja, nein Wie nein? Ja, nein Nein heißt nein Nein heißt nein Das gibt's ja nicht in meinem Wortschatz No, no Ledger Da Achso, okay Vielen Dank Ich kann den anderen Grobschmied, äh, hochleveln Neee, lass erst den einen hier warten Lass erst den einen hier machen Weil der hat ja schon Schill mal ne Runde, ja Der hat ja schon mit dessen Diamant-Facke Wer will das denn haben? Ekelhaft Ja, aber, ja, aber danach kommen wir noch bessere Trades Na, will ich auch hoffen hier Boah, Junge, mach das hier hin, Alter, wirklich Können wir mal alle schlafen gehen? Können wir mal die Folge beenden? Einer ist raus, Digga Der hat's offen gelassen Ich dachte, du gehst raus Digga, ich war noch in dem Vietar drin, ne? Digga Ist das ein wichtiger oder kann man den einfach runterschubsen? Naja, ist auch wieder einer mit Stings Okay, okay Ja, ja, du Oh mein Gott Ich glaub der kommt hier gar nicht raus Ich glaub der ist nicht schlau genug Darf man die durch oder? Ich glaub lieber nicht Ja Ja, wodurch Zu den Villagern Oder laufen die gleich amok? Na klar Nee Alles gut Übrigens kannst du hier eher mit der Zeit, ne? Ja 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 Ja, ja Toodalui Ciao Toodalui Toodalui Bis zum nächsten Mal.